Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 212. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich sitze heute mal im Auto mit Blick auf die Kieler Förde. Ich habe ein bisschen Luft zwischen zwei Terminen heute. Und das reicht gerade, um die heutige Episode aufzunehmen. Ich zeichne die ein bisschen früher auf, als dass sie erscheint. Sie erscheint am 30. September, dem International Podcast Day. Das ist dieses Jahr 2018 ein Sonntag. Und am International Podcast Day habe ich es in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, dass ich dann eine Sonderepisode aufgenommen habe. Mal habe ich einfach nur erzählt, was sich in meiner Podcast App an Abos findet. Und mal habe ich auch schon mal über Monetarisierung gesprochen. Die anderen Themen weiß ich schon gar nicht mehr. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich erst die dritte Episode, die sich ums Podcasting metamäßig dreht. Dieses Mal soll es um den Podcast Konsum gehen. Also wie höre ich Podcasts, warum und mit welchen Mitteln? Und in erster Linie geht es mir heute um das Wie. Weil letztlich, ja, warum du Podcast hörst, musst du für dich selber wissen. Wenn ich so drüber nachdenke, war die Einleitung ziemlich Müll. Denn auch die Mittel sind ja jedem selbst überlassen. In der Regel läuft das ja per App und über Kopfhörer, was den Podcast zu einem sehr intimen Medium macht. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wie höre ich eigentlich Podcast? Oder wie finde ich, dass man Podcast hören sollte? Das ist ja ein großer Unterschied. Den Anstoß zu dieser Episode hat eine Diskussion, in Anführungszeichen Diskussion gegeben, die ich mit Finariel auf Mastodon hatte. Der hat sinngemäß geschrieben, dass Podcast-Apps, die nicht in der Lage sind, Stille und Intro und Outro wegzuschneiden, dass die eigentlich, dass die nichts taugen. Dass man also, wenn man Podcasts hören möchte, eine App braucht, die das kann. Stille entfernen. Ich sehe das nicht so. Weil Stille in meinen Augen ein sehr mächtiges dramaturgisches Element ist. Stille kann Inhalt strukturieren. Stille kann Zeit zum Nachdenken geben, sowohl dem Sprechenden als auch den Hörenden. Und diese Stille muss man halt aushalten können. Das haben wir nicht mehr. Das gibt es nicht mehr so oft. Stille. Sich einfach nur mal irgendwo hinsetzen, im Wald auf eine Bank oder auf einen Baumstumpf und einfach nur da sein, ohne irgendwas um sich rum, haben wir nicht mehr. Und die Stille im Podcast, ich finde die ganz wichtig. Erstens, weil sie, wie schon gesagt, mir beim Nachdenken Raum gibt, Raum zum Nachdenken gibt, wenn ich meine Episode aufnehme, so wie diese hier. Ich habe kein Skript, an dem ich mich entlanghangele. Ich kann nur frei assoziieren, kann nur Dinge aufzählen, die mir spontan einfallen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Stille, also die Abwesenheit von Wort, von Geräuschen, von Musik, dass die auch demjenigen am anderen Ende des Kopfhörers Zeit gibt, nachzudenken. Das zu reflektieren, was da gerade aus dem Kopfhörer kam. Wie stehe ich eigentlich dazu? Was macht das mit mir? Was redet der Typ? Das sind so Sachen, die die Stille kann. Und Finariel sagt jetzt, auch wieder sinngemäß, ich möchte Informationen haben und ich möchte nicht meine Zeit verschwenden, jemandem dabei zuzuhören, wie er denkt oder wie er googelt. Das sind zwei Paar Schuhe, da muss man sehr stark unterscheiden. Auch dazu komme ich gleich noch. Wie gesagt, ich sehe das nicht so. Wenn ich mir, also mein, ich habe diese App nicht, die das kann. Ich will die auch gar nicht haben, weil ich mich diesem Stress überhaupt gar nicht aussetzen möchte. Ich habe von Leuten gehört, die Podcasts in erhöhter Geschwindigkeit abspielen, weil sie so viele Episoden abonniert haben, dass sie nicht mehr hinterher kommen mit dem Hören. Und jetzt denken wir das mal weiter. Ich habe also eine App, die in der Lage ist, am Anfang und am Ende das Intro zu entfernen. Jörn Schaas, Feiner Podcast, hat vorne und hinten das gleiche Soundfile. Das sind, ich glaube, 18 Sekunden. Die sollen also weg. Die stören. Meinetwegen. Dann ist die App zusätzlich in der Lage, jede Stille zu entfernen, die über einen bestimmten Grenzwert steckt. So verstehe ich es. Ich habe sie mir noch nicht mal angeguckt. Ich würdige diese App keines Blickes. Aber sagen wir mal, ich kann da einstellen, alles, was länger als eine Sekunde absolute Stille ist, kommt raus. Jetzt gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel absolute Stille, aber wir bemühen uns hier alle um einen guten, trockenen Klang in unseren Aufnahmeräumen. Und dann kommt das schon mal vor. Hier jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, weil ich direkt an der Straße stehe mit dem Auto. Das heißt, Stille ist auch hier eigentlich fast abwesend. Trotzdem verschwindet diese Stille dann, wenn sie denn mal da ist. Und dann komme ich vielleicht noch auf die Idee, die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich habe das tatsächlich selber bei einem Podcast, mache ich das gelegentlich beim Sendegarten. Ich weiß nicht, warum das für mich funktioniert, aber den kann ich sehr gut auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören und kann trotzdem immer noch verstehen, worum es geht. Aber ich kenne eben auch Leute, die machen das generell mit allen Podcasts in ihrer Liste. Und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir kein Intro mehr haben, keine Pausen und kein Outro. Die Podcasts fließen dann in meiner Vorstellung nahtlos ineinander über, sind sehr, sehr stark gerafft, auch also inhaltlich schon mal gerafft, weil das strukturierende Element der Pause nicht mehr fehlt, nicht mehr da ist, der Stille nicht mehr da ist. Und dann kommt auch noch dieser zusätzliche Faktor erhöhte Abspielgeschwindigkeit dazu. Ganz ehrlich, da kann ich es auch lassen. Da kann ich es als Hörer lassen und da kann ich es als Produzent lassen. Dann brauche ich das nicht mehr. Wofür setze ich mich denn hin, jeden Tag, jede Woche eine Stunde? Um meine Sachen aufzunehmen, das nachzuproduzieren, das hochzuladen. Fühle ich mich, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas durchdenke, fühle ich mich in der Zeit, die ich investiere, in meine Podcast-Episoden betrogen. Ist ein bisschen hart ausgedrückt. Vielleicht ein bisschen zu hart. Aber es geht in die Richtung. Und gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man so an Podcast-Konsum herangeht, dann braucht man auch keine Podcasts mehr hören. Dann braucht man offenbar, und ich möchte damit gerade auch Finarile, weil ich ihn jetzt namentlich genannt habe, keinesfalls zu nahe treten. Jeder soll seine Podcasts so anhören, wie er das möchte. Ich kann nur von mir sprechen. Das ist mein eigenes Empfinden. Wenn ich so Podcasts höre, dass es kein Intro mehr gibt, dass es keine Stille mehr gibt zwischen einzelnen Satzteilen oder inhaltlichen Abschnitten oder auch einzelnen Wörtern, weil da irgendwie ein Gedankensprung ist, und es gibt kein Outro mehr, und alles fließt so ineinander, und ich habe vielleicht die Abspulgeschwindigkeit generell erhöht auf Faktor 1,5, 1,7, 2. Habe ich auch schon gehört, dass Leute das machen, totaler Wahnsinn. Dann möchte ich die Frage stellen, braucht man dann noch Podcasts? Oder reicht es nicht, irgendein beliebiges Hintergrundgeräusch zu erzeugen und sich das anzuhören? Ich bin jemand, ich höre in jeder freien Minute Podcasts. Ich habe auf dem Weg zum Glaskontainer die Kopfhörer auf. Das sind 300 Meter. Das lohnt sich eigentlich überhaupt gar nicht. Man kommt da, man kann da argumentieren, dass man nicht mehr ins Thema reinkommt, und wenn man gerade einigermaßen erfasst hat, worum ging das eben nochmal gerade, dann ist man schon wieder zurück und muss das wieder ausschalten, weil man mit anderen Menschen interagiert und die auch ihr Anrecht haben auf Aufmerksamkeit. Aber ich höre, wie gesagt, in jeder freien Minute meine Podcasts auf 1,0-facher Geschwindigkeit mit allen Pausen drin. Und ich merke bei mir selber, dass ich häufig abschweife gedanklich, dass ich nicht so viel mitkriege, wie da gesagt wird. Dass ich irgendwann meine Aufmerksamkeit wieder auf den Podcast richte, weil ich vielleicht gerade am Handy irgendwas lese bei Twitter oder irgendeinem verlinkten Zeitungsartikel oder irgendwas aus den Shownotes nachlese und merke, die sind schon an einem ganz anderen Themenkomplex angekommen und ich habe komplett den Anschluss verloren. Und dann muss ich nochmal zurückspulen. Und wenn mir das schon bei einfacher Geschwindigkeit und mit Pausen und so weiter und mit diesem ganzen Strukturgram passiert, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der das nicht hat, dass der dem Podcast folgen kann und dass der davon was mitnimmt. Denn das ist ja das, was wir alle wollen. Also ich produziere ja einen Podcast, weil ich jemandem was vermitteln will. Und wenn es einfach nur ein Einblick ist in meine Arbeit oder in mein Leben oder Sachen, die ich gegessen habe, Sachen, die ich irgendwie cool fand, das alleine ist es ja manchmal schon. Und wie gesagt, dann kann ich es auch lassen, wenn sie so konsumiert werden, nur noch als Hintergrundgeräusch, damit irgendwas auf dem Ohr ist. Wie gesagt, soll niemandem zu nahe treten. Man muss allerdings auch bei Stille ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Stille, nämlich die eine, die beschriebene, wo es darum geht, zu strukturieren, Worte zu finden. Ich habe das mal bei What's in Your Pants nach der Postproduktion gesagt, dass ich sehr froh bin, dass ich auch einfach mal Stille stehen lassen kann. Nicht so wie im täglichen Radiobusiness, wo wir schon anfangen, einzelne Atemgeräusche wegzuschneiden, damit wir Zeit sparen, damit der O-Ton nicht so lang wird. Hektik ist das Stichwort. Ich finde Podcasting so geil, weil ich auch einfach mal diesen Moment stehen lassen kann, wo jemand nach der richtigen Antwort sucht, nach der richtigen Formulierung. Und wenn das halt mal zehn Sekunden dauert, wo mal nichts ist, dann bleibt das erst mal stehen. Zehn Sekunden sind vielleicht ein bisschen viel. Ich gucke da mit so ein bisschen einem dramaturgischen Auge drauf und versuche, das richtige Maß zu finden. Ja, aber ich möchte dem eben auch Raum geben, diesem Nachdenken. Gerade auch, weil ich da die Hörerperspektive im Blick habe und sagen kann, guck mal hier, was macht das mit dir? Denn du hast jetzt Zeit, selber nachzudenken, selber zu reflektieren. So, wie gesagt, das ist die eine Art von Stille. Die andere Art, und da gebe ich Finariel in der Diskussion ganz ausdrücklich recht, das sind Pausen, die entstehen, die man eigentlich nicht braucht, die aus Unvermögen entstehen, aus schlechter Vorbereitung. Wenn ich höre, dass Leute in einem Podcast erst mal während sie was erzählen, anfangen zu googeln, ich mache das gelegentlich auch und ich finde das furchtbar. Das nervt mich, aber manchmal kommt das ja aus der Situation. So, dann ist dann, dann entsteht da einfach eine Lücke so, hey, ich gucke mal schnell nach. Klipperti, klipperti, klipperti und hier, da, ach, wo steht das jetzt? Und dann hast du ein Ergebnis, ach nee, doch nicht, das war nur ein Artikel, der sich mit einer Sekundärquelle beschäftigt, müssen wir nochmal weitergucken. So, dann hast du halt irgendwie zwei Minuten, ja auch wirklich verschenkte Lebenszeit beim Hörer. Wie gesagt, mir passiert das auch ab und zu. Gerade in der neuesten Nord-Süd-Gefälle-Folge hatten wir so eine Situation, wo Dotti und ich gleichzeitig was gegoogelt haben. Nee, das war beim Hai-Alarm-Podcast, Entschuldigung. Benni und ich waren uns uneinig über den deutschen Titel eines Hai-Films und haben gleichzeitig gegoogelt und ich habe die Wette gewonnen. Das ist eine Situation, die hätte ich auch gut rausschneiden können. Die braucht man nicht. Und ich kenne eine Menge Podcasts, in denen das sehr häufig und mit einer gewissen Regelmäßigkeit passiert und das nervt mich auch hart, weil die meine Lebenszeit verschwenden. In dem Fall waren es halt 15 Sekunden, 20 vielleicht. Und dann, ja, aber das ist so eine Stelle, da sage ich, das muss weg, denn das ist ja das Ding. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir alle produzieren unsere Podcasts ja deswegen, weil wir irgendwas vermitteln wollen, weil wir jemandem was mit auf den Weg geben wollen, einen neuen Impuls, eine neue Sichtweise, was weiß ich, irgendein Wort, das das dennoch nicht kennt oder, oder, oder. Also es gibt ja für alles irgendwie eine Motivation. Und diejenigen, die diese Podcasts abonnieren und sich das anhören, die bezahlen das ja alle. Und ich meine jetzt nicht die Spender, die Unterstützer, die Amazon-Affiliate-Link-Klicker, sondern jeder Einzelne gibt uns ja was, nämlich das Wertvollste, was er hat, seine Lebenszeit, seine Aufmerksamkeit. Der setzt sich hin. Im Idealfall mache ich ja einen Podcast, der so gut ist an der Stelle, dass jemand mit dem aufhört, was er gerade tut, um mir zuzuhören. Kleiner Exkurs zur Hörsituation, so wie ich glaube, dass die meisten Menschen Podcasts hören, das findet statt mit Kopfhörern und das findet statt, während irgendeine andere Tätigkeit nebenbei passiert. Putzen, Abwasch, Wäsche bügeln, Wäsche zusammenlegen, so das ganze große Thema Hausarbeit, Autofahren, das ist ein Scheißbeispiel, das sollte man nicht unterbrechen, aber so dieser ganze Kram, du hast irgendwas, machst du, wo du jetzt nicht so die hundertprozentige Kapazität deines Gehirns brauchst und hast halt nebenbei, konzentrierst du dich auf einen Podcast. Und wenn ich es richtig, richtig gut mache als Produzent, dann habe ich eine Situation, wo jemandem unbewusst der Kartoffelschäler aus der Hand gleitet und wo man erstmal einfach so dasteht und so nachdenkt und in den Raum siniert und einfach nur zuhört. Das ist dieser Moment, den ich meine. Da bezahlen wir alle, die wir Podcasts hören, mit unserer Lebenszeit. Ich unterbreche das, was ich tue und widme mich voll und ganz dem Konsum dieses einen Podcasts. Und was Wertvolleres als das kann ich niemandem geben. Das heißt also im Umkehrschluss, wir Produzenten, wir Macher müssen das auch einkalkulieren und müssen eben dann auch gute Episoden produzieren und müssen uns Mühe geben damit und müssen uns hinsetzen und eine gute Soundqualität liefern, einen guten Inhalt liefern, wo die Leute auch wirklich was mitnehmen können, damit es sich eben auch lohnt, den Kartoffelschäler aus der Hand zu legen. Vor lauter Faszinationen mit dem Bügeleisen ein Loch in die Lieblings-Jeans zu brennen oder mit dem Auto in den Gegenverkehr zu geraten. Ein Scheißbeispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind die beiden Ebenen, die es da gibt bei der Stille und über die wir reden müssen und über die wir uns bewusst sein müssen. Es gibt die gute Stille, die dein Freund ist, die dir hilft, etwas besser zu erfassen und etwas besser nachzuvollziehen. Und es gibt die Stille, die kein Mensch braucht, die weg kann, die weg muss. Und wenn ich dann irgendwie was höre, wo Leute irgendwie drei, vier Stunden über ein oder 18 Themen sprechen und da habe ich genau solche Geschichten dazwischen, dass irgendjemand sagt, ach nee, warte mal, mal ganz kurz unterbrechen, ich muss einmal kurz hier was nachgucken, mein System spinnt. Irgendwas, ich habe gerade hier irgendwie einen, ich muss noch mal die Backup-Aufnahme neu starten. Irgendwas will ich nicht hören, brauchst du nicht. Bringt das Gespräch nicht voran, hilft mir beim Hören nicht, das gibt mir natürlich einen Eindruck von der Gesprächsatmosphäre, aber dieser ganze technische Metakram, den brauchen wir nicht. Lasst das weg, schneidet das raus. Nervt eure Hörer nicht. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist die Quintessenz. Nervt eure Hörer nicht. Macht was Geiles. Macht Podcasts, die schocken. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächstes Mal wieder am Sonntag mit Informationen und Eindrücken und Geschichten darüber, wie ich meinen Geburtstag verbracht habe, der zufällig auch heute am 30.09. stattfindet. Das wird super. Freut euch schon jetzt. Tschüssi! 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 Tschüssi!